In diesem Video stelle ich eine App vor, das ich mit dem Google App Inventor erstellt habe. Es handelt sich um das App Annuitätendarlehen. Zunächst zeige ich Ihnen den Quellcode. Möchten wir jetzt dieses Programm testen und haben kein Handy parat, so stellt der App Inventor einen Emulator zur Verfügung. Diesen Emulator rufen wir jetzt auf. Wir sehen also ein virtuelles Handy. Wir geben einen Kreditbetrag ein, 20.000 Euro zum Beispiel, einen Zinssatz von 4% und einen Tilgungssatz von 3%. Jetzt klicken wir auf den Button Finanzierungsplan erstellen und warten auf das Ergebnis. Wir sehen also den Finanzierungsplan und hören am Ende eine Stimme. Es wurde hier die Methode Text-to-Speech eingesetzt, die uns dann sagt, dass nach 21 Jahren noch eine Restschuld von 818,48 Euro besteht. Nach 21 Jahren beträgt Ihre Restschuld nur noch 818,48 Euro. Sie nehmen Sie diese Geschichte und haben die zwei Parteien in der solche Küche, Das war's.